So, sind wir da. Eben haben wir schon eine Runde aufgenommen, nur ich war natürlich so schlau und habe vergessen, aufzunehmen. Okay, perfekt, perfekt. Komm sofort links hoch. Sofort links hoch. Sofort links. Links, bin da. Links hoch, hoch, ja. Ah, ich weiß, welcher das ist. Ich weiß, welcher das ist. Und hier jetzt raus rein, ne? Also, das ist die Ungespülsroute. Ja, ich bin hinter dir. Ich weiß, dass der Ungespülte immer reingeht. Okay, einen Diabon schon. LOL, ich laufe dir falsch hinterher. Das hätte... Ich komme da zum Spawn wieder, ja? Also, nicht direkt zum Spawn, sondern nur da bei diesem Backsteinhaus. Okay, ich komme mal hier zurück. Oh mein Gott, da ist jemand. Ich bring dir Schwert mit, ich bring dir Schwert mit. Ja. Gibst du noch? Ja. Ich bin... Geh ins Haus rein, geh ins Haus rein, bist du oben? Ne, ich bin hier auf der Straße, auf so einer Straße. Okay, ich komme, ich komme runter. Siehst du meinen Namen hier? Hier, 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 hier. Achso, da kommt jemand. Geil, Alter, du bist dich. Okay, ist gut. Hab, hab Holzschwert. Okay, okay, komm schnell mit. Ich habe eine Truhe noch nicht aufgemacht, ich bin sofort zurückgerannt. Ja, aus dem Weg. Da links ist jemand. Ich, ich, du gehst zur Kiste, ich versuche den. Der hat da nichts. Ich komme, ich komme mit, ich komme da mit. Hier, hier, hier. Ich hoffe, so hat so irgendwas passiert. Da ist eine Falle drin, das weißt du schon, ne? Ja, irgendwie ist diese Baumstamm, ich kann da nicht rein. Achso, nett, Goldschwert. Wie kommen wir da jetzt rein? Ach, lassen wir einfach so den Verrecken kommen mit. Okay. Achso, da kommt der jetzt nicht raus, oder wie? Der müsste sich hochbauen, das dauert eh lange. Von daher, kommen wir mal mit. Meistens da noch mehr als die Truhe, die müssen noch da sein. Hier drin ist nämlich immer eine Doppeltruhe und eine Einzeltruhe und dann kann man sich immer gut Sachen holen. So, was brauchst du noch an Rüstung? Äh, alles. Theoretisch. Okay, ich habe nur Schuhe. Reicht ja. Okay. Da drin ist nichts. Ist das hier die, wo so eine Bahn ist und wo oben so eine Linie dran ist, wo man dran laufen kann? Ja, genau. Ja, okay. Doch, dann habe ich die Map schon mal gespielt. Gibt es die auch auf anderen Server? Ja, ne? Ja, ja, klar. Okay. Das ist, glaube ich, die erste, die es... Ja, dann habe ich die schon oft gesehen und auch mal dabei schon gespielt. Okay, ähm, so. Okay, ist ein Brustpanzer drin? Linden die den mal. Genau, mache ich. Das Essen. Hast du nur ein Dia? Ich habe ein Dia, ja. Ja, also ich habe Steaks auch noch. Ja, okay. Deine ist noch Kiste. Okay, Hose für dich. Ja. Nice, Hose. Da. Oder auch nicht. Wo bist du? Wo bist du? Riech, 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 riech um. Ach, ich verliere mal die Orientierung. Ja. Da, hab du gekommen. Ja, Eisenhose. Sorry. Ne, Helm habe ich nicht mehr, okay. So. Okay. Wenn noch die Kiste da ist, dann müsste ich hier noch eine sein, sonst haben sie das geändert, aber... Ne, ist einer, okay. Hier ist noch ein Kompass drin, in der Kiste. Was bringen die Kompasse? Kompasse, ja? Ja, ja, kannst du jetzt gucken, in welche Richtung auch einer ist. Achso, auch gut, das ist gut. Muss ich gucken, ob ich die Kiste kriege. Aber das bringt ja, wenn wir zu zweit spielen nichts, ne? Hast du es bekommen? Ne. Warte. Aber man kann hier, man kann hier, äh, doch gucken. Traden. Hier, auf diesem Server geht das, okay. Okay, hab auch nicht bekommen. Egal. Da war auch nichts Großartiges drin. Achso. So, ich weiß, dass denn im Zug noch eine Kiste, glaube ich, drin ist. Ja. Okay, muss ich irgendwas fressen, ne? Hier so. Äh, höp, höp. So. Wollen wir da oben rauf, oder nicht? Ähm, ja, wollen wir. Okay. Hast du einen Bogen? Ja, und einen Pfeil. Ich habe auch einen Bogen und einen Pfeil. So, warte. Hier war eine Kiste. Oder und ein Kämpfenwächer. Ich bin runtergefallen und gestorben. Und ein Kämpfenwächer. Oh, ich bin so dumm, weil ich verkehle dich. Ich komme zu dir. Ich bin echt so dumm. Ach, du bist tot? Ja. Ich bin da raufgegangen und habe ver... Oh, Mann. Und dann bin ich gestorben. Achso, dann kommt einer. Ach, nö. Ja, super. Der hat vier Dias. Ich habe vier Dias. Der hat doch Schuhe. Oh, das wäre so genial gewesen, ne? Dann hätte ich jetzt auch noch ein Dias-Schwert haben können. Hör da. Geht da in den Trim. Nein, okay, nein. Ja, ich... Ich bin ganz kurz. Weg damit. Ey, der hinter dir hatte noch... Da waren noch Kettenschuhe. Also. Ich habe Eisen. Achso. Ja, das ist natürlich besser. Okay. Läuft jetzt auf jeden Fall, ne? Ach, schade, das nicht. Oh, das ist doof. Und dann hast du dich meine eigene Schuld, dass ich einfach runtersprich. So, like, äh... Hast du gesehen, wie Kämpfen so warm gestorben sind? Ja, ja, weiß ich auch. Ach, geil. Ach, geil. Vorher noch so sagen, hier, Pussy-Modus und so, und dann. Ja. Okay. Ich will eben noch. Vier. Deathmatch muss vielleicht beginnen. Äh. Es kommt nicht irgendwann auch der Kissen-Refill? Ja, wenn es lang genug dauert. Ja, das Deathmatch wird in 25 Minuten gestartet. Steht ja. Weil ich's kann, ich mach mir noch zwei Dias schaufen. Richtig. Weil ich's kann. Weil ich's kann. Du hättest ja auch... Nein, hoch machen können. Das wäre auch nützlich gewesen. Ja. So, also hier sind noch... Okay. Brauche ich sonst noch irgendwie was in meinem Inventar? Ich glaube nicht. Ja, Essen hier noch. Nö. Das Deathmatch wird in 10 Sekunden gestartet. Ja. Aber gucken, ob ich gewinne. Ja. Das ist wirklich cool. Ja. Und los. Ach, die Map. Kenn ich auch die. Okay. Die Deathmatch-Map. So, der hat auch ein Dias-Schwert. Seid ihr nicht zu zweit? Nee. Ach, da hinten sind zwei. Der eine verschanzt sich hier. Okay, er hat durchgut gesetet. Na, soll's vielleicht nicht ghosten? Egal. Oh, die Sicke. Okay, wird... Okay, er hat mich gittelt. Äh, hier haben... Die zwei machen Team. Die zwei hier, die gerade nicht mitkämpfen. Die haben Team. Ja, der eine rennt ja nur weg. Das ist für einen schluss. Ja, vielleicht wird er jetzt von den anderen abgefangen. Ich hab das Gefühl, dass die alle drei Teams sind. Das kann natürlich sein, ne? Ich geh jetzt einfach drauf, Alter. Hier. Ja. Wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Hinter dir. Der rennt aber weg, ey. Der rennt aber weg. Ich will kurz das Essen. Das ist ja mal unfassbar. Die tun sich alle gegenseitig nicht. Die sind aber alle Team. So, das ist der erste. Einen hast du. Okay. Jetzt muss ich mal regen. Jetzt kommt der eine natürlich an und ich hab nichts mehr. Aber der hat keine so nicht so gute Rüstung. Ja, aber er ist feiner und ich hab nur noch vier und halb Herzen. Ja, aber das ist schlecht. Nur noch wir beide. Nur noch wir beide. Wenn ich ihn jetzt kriege, dann... Okay, ich kann natürlich jetzt... Okay, er rennt dann wieder vorbei. Das ist... ...richtige Intelligenzbrocken. Komm, 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 komm. Nein, nein! 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 Oh mein Gott, jetzt bist du... Nein! Ach, schade. Aber die haben sich auch gegenseitig alle... Nicht angegriffen. Volle Kacke. Egal. Egal. Ach. Na fast. Fast. Ja. Aber da kommt, glaub ich, noch eine Runde, oder? Diesmal sterb ich auch nicht. Diesmal gewinnen wir. Oh, noch nicht. Ja. Dann sehen wir's gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Wild Games. Und heute haben wir mal einen Gast dabei, und zwar den Marvin TX. Hallo. Ja. Kanal steht natürlich in der Beschreibung und es geht auch schon los. Äh, keine Schutzzeit, ja? Ja, Knüppel sofort drauf, wenn es sein muss. Okay. Aber du willst ein Schwert haben. In welche Richtung wollen wir laufen? Erstmal kurz zum Spawnen, ich gucke, ob ich die Kiste kriege. Nein, ich hab's verpeilt. Okay, ich... Okay, wo stehst du? Ich hab'n Pfeil! Bin reich, doch nicht. Ey, ich steh' hier so. Ach, okay, komm. Folge mir einfach. Es gibt am Anfang so eine kleine... Wo bist du? Ich hatte dich verloren. Ach, da. Ich seh' dich. Ja, gut. Am Anfang gibt's so eine kleine Startphase, da... ... ist man halt schneller. Achso, ja. Du hast einen Keks auf dem Rücken. Ja, ja. Schmuggel, Essen immer so mit, weil sich nichts kriegt, dann kann ich mal eben kurz... Genial. So, jetzt muss ich kurz Kisten gucken, ob wir irgendwas finden. Ah, denn das eine. Die sehen ja so komisch aus hier, ne? Weil es nicht so... Achso, so Pistons. Oh, schön. Zwei Schwerter. Händen. Schubst du eins? Ja, klar. Danke. Okay. So. Okay. So, so, so. Da ist noch eins. Äh, eine. Oh, läuft. Ja. Äh, hier. Achso. Hier, ich hab ein Goldschwert und Essen und ein Brustpanzer. Ja, okay, ich hab auch ein Brustpanzer. Gut. So, jetzt haben wir Essen. So, jetzt haben wir Essen schon. So. Guckst du dir eigentlich jetzt Varro an, als Projekt? Ja. Aber ich dachte, es kommt mehr, ehrlich gesagt. Also, das kann ja sehr schnell vorbeigehen, sag ich das mal einfach so. Ja, ja. Das hab ich mir auch so gedacht. Aber, gut. Okay, es sind zwei, warte. Ja, warte. Ah, ich komm. So, der erste ist weg. Jo. Der zweite ist abgehauen, ne? Ja, in die Richtung, hier. Da ist er. Achso, da kommt noch einer von drüben. Ich bin ins Wasser gefallen. War geplant. Wie komm ich hier wieder raus? Oh mein Gott, ich bin... Oh mein Gott, da kommt er. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Ach, warte. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da oben. Knüppel drauf ein. Ja, haben wir. Komm mal schnell mit, komm mal schnell mit. Jetzt hab ich auch ein Steinschwert. Ich komm mit. Ah, ja, 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 ja. Okay, war kurz spannend. War kurz spannend. Das stimmt. Okay, was haben wir denn alles? Äh, ich hab... Warum nicht erst mal aus dem Wasser raus? Das ist sehr gefährlich hier. Ja, okay. Ja, danke. Jetzt sind wir auch schon ein bisschen ausgerüstet. Ich hab noch ein Goldabfüll gleich für dich. Hast du ein Steinschwert, ja, ne? Ja. Ja, ich auch. Ich hab auch einen dir. Und, äh... Was warte? So, geil Apfel. Jo, danke. Bisschen Essen noch. Essen hab ich genug. War gut. Ja, ich auch. Brauchst Hose, ne? Okay. Ja, ne Hose, nicht schlecht. Sorry. Brauchst nen Bogen? Ja. Aber Pfeile. Hast du Pfeile? Ja, ich geb die drei hier vier Stück. Hab ich noch drei. Passt. Passt so. Und weiter. Ach, was auch. Okay, hier waren wir gerade. Wissen wir, warum kamen wir von da drüben? Von hier über die Brücke? Äh, ja. Da nicht mehr gehen. Ne, nicht die weiter am besten. Hat man hier irgendwie sowas für einen Kompass, wo man andere Leute tracken kann? Ne. Ach. Ich müsste gerne wissen, wo der Verzauberungsdisch ist. Ich hab vielleicht ein Level und dann könnte ich meinen Steinschwert verzaubern. Ja. Hier kommen wir jetzt in so ne komische Kuppel. Ein Baum. Da ist ne Kiste. Lol. Oh mein Gott, ich brauch ein Spawnsdinger, kann ich mir ein Dia-Schwert machen. Hast du nen zweiten Dia? Ich hab Sticks, ich hab Sticks, ich hab Sticks. Okay, okay, chill, chill. Komm, zum Spawn, zum Spawn. Ja, ja. Wenn ich wüsste, wo der Spawn ist. Ich lauf der, ich lauf der einfach vorher. Genau. Ich schaff das mal. Okay, warte. Na, warte. Da ist ne Steak. Hab ich gemacht. Geil. Geil, 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 geil. Ach so, das stimmt. Ich hatte ja auch bei einer Swival Games Runde ein Dia-Schwert oder zwei miteinander, weil ich wusste, wo Dia's waren. Aber beides Mal bin ich gestorben. Das ist blöd. Das eine war sogar verzaubert und Stärke 1. Ja. An meinen Skills muss ich noch ein bisschen arbeiten. Kommt vor. So. Und. Da, 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 da. Ein Dia-Schwert. Genial. Und jetzt auch noch verzaubern. Das ist richtig geil. Ja, vielleicht bist du beim Verzauberungstisch. Dann lass mal für nochmal andere Spieler einfach das nacken. Hier. Nee. Nee, das ist kein Verzauberungstisch. Das ist so ein Ender-Ding. Okay. Ähm. Ja, okay. Denn es ist einer, ich sehe den Namen. Benutzt du irgendwie Mods oder so? So Optifane oder sowas? Nö. Ist immer zu faul. Ja, ja. Zu faulen, was einzustellen. Ja. Der hat nichts, der hat nichts. Ja, komm. Osa. Machen wir platt. Da oben. Ach, ach, da. Platt. Ist das schon tot? Ja, ist es tot. Hier ist er da raufgekommen. Hier über die Ambossi. Oder Ambossi. Ambossi. Ja, Ambossi? Ja, Ambossi. Der hat er ja gar nichts. Oder hast du schon was eingesammelt? Der hat überhaupt nichts. Nein, nix. Jawohl. Ich ziehe noch irgendwo was. Ja. Hast du Truhen? Nein. Mit einem blöden Texture-Factor sieht das so komisch aus. Sieht das aus wie normales Holz. Was hast du für eins? Äh, Dandelion. Hast du Dandelion? Ich hab vergessen. Wenn ich hier jetzt in der Truhe, nicht mit dem Schwert draufklicken. Scheiße, ich hab ein Pfeil geschossen. Ja, drei hohes Hühnchen. Welches hast du? Äh, warte. Ich vergesse den Namen mal. Ich guck kurz. Es heißt John Smith. Ach, John Smith Legendcy, ne? Ja, genau. Ja, okay. Das hab ich mal beim Bergmann gesehen, als er seine Top 5 davor gestellt hat. So, hab ich auch gesehen. Aber ich glaub, das hab ich genommen, weil ich wollte irgendwas bauen. Genau, ich wollte so eine altertümliche Stadt bauen. Und dann passte das hier ganz gut zu. Und jetzt hab ich's einfach drinnen gelassen. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn wir hier nochmal reingehen, vielleicht sind hier irgendwo Kisten. Klar. Ein Kuchen. Was hältst du? Denkst du da recht? Ach, da bist du okay. Ich geh in der andere Halle mal. Jo. Ist ne Leiter, ich geh da mal hoch. Es leben gar nicht mehr so viele. Nur noch drei andere. Okay, hier ist ein bisschen komisch. Irgendwie ist hier nichts. Ja, bei mir auch da ist ne Kiste. Nichts drin. Schon wurde hier schon weggelootet. Okay. Wie viele leben noch? Äh, drei. Einer, einer muss noch. Ne, zwei. Drei. Ne, drei, oder? Wenn das stimmt, wenn das auf Tat drückt. Ja, wir beide dachten, halt jetzt weg. Achso, achso, ja, ja. Einer muss noch sterben für Deathmatch. Okay. Ähm, dann suchen wir den mal. Okay, ich glaub jemanden her. Also nur, dass du da warst. Ich glaub ich dran. Ah, okay, jetzt bist du. Hier ist noch ne Kiste. So, nächstes Mal drin. Hält ich mir auch denken können. Fehler. Ein bisschen mal kurz. Inventar. Leute, hier geht's runter. Wo bist du? Ich bin hier in diesem komischen Park drin. Äh, ja, ich komme. Genau, lass mal da runtergehen, okay? Ja, genau. Ich hab schon sehkt. Aber diese Klappe hier war schon auf, ne? Es kann sein, dass wir schon... Ach, ich schaff das noch. Die ist immer auf. Ich schaff das noch. Geschafft. Okay. Achso, gleich. Abfasserkommen. Weißt du so. Französische Katakomben. Hier ist, glaub ich, Ende. Da steht das. If you find this tweet. Okay. Hier in... Oh, oh. Oh, guck mal, da hat ein Namen. Zwei Namen. Achso, ich bin da. Da ist irgendwie die Kiste. Ob das schon da war, weiß ich nicht. Ist aber geil gebaut, die Meilpöde, muss ich sagen. Ja, war niemand. Aber leider nur Steinschwert. Oh, schade. Ich zieh noch irgendwo was. Ein Eisenschwert ist vielleicht noch nicht schlecht. Mir fehlt noch ein Eisen und ein Stick. Dann könnte ich dir ein Eisenschwert kaufen. So, ne, hab nicht. So ein Stick im Stick hätte ich noch, aber keinen. Okay, dann suchen wir jetzt vergieblich mal ein Eis. Jo. Hm. Nichts. Ach, schasse, Wasser, ey. Das ist so schlimm. Hier ist noch eine Kiste. Oh. Ähm, muss kurz mal... Woher ist es jetzt? Steuern, da. Ach, verdammt. Ne, nur Holz- und Steinschwerter. Ach. Hast du noch Rüstung oder so irgendwas? Nichts mehr, ne? Außer Leder. Ja, nur Leder. Ach, schade. Ich hab nur fast nur komplett Leder und nur eben Eisenhelm. Okay, warte. Ich kann dir ne bessere Hose geben, hier. Warte, dann gib ich dir. Warte. Ich hab nur Leder. Hast du schon? Ja, hier! Okay. Ah, Tentakel, Achtung, weg. Oh mein Gott. Okay, Torch. Verdammt. Einen hab ich. Einen hab ich. Einen hab ich. Da hat auch ein Diaschwert. Und scheiße. Ah. Nein. Nein. Die hatten auch ein Diaschwert. Ach, die Kacke. Das war knapp, ne? Das war knapp. Also, ja, knapp. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir hängen ja einfach noch ne Runde dran. Ich spiele noch einen, oder? Ja, ja, klar. Ja, okay. Bis jetzt gleich. Tschüss. Ja, okay. Ja, okay. Untertitelung. BR 2018